Die beste Bundesinnenministerin aller Zeiten hat das Magazin Kompakt verboten. Das lässt uns das Bundesinnenministerium in einer Pressebeteiligung auf ihrer Internetseite wissen. Dort schreiben sie, seit den frühen Morgenstunden laufen Durchsuchungen in Brandenburg, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat heute die rechtsextremistische Kompakt-Magazin GmbH sowie die Conspekt-Film GmbH verboten. Auch Unternehmen können unter bestimmten Voraussetzungen durch Vereinsverbote verboten werden. Die Organisationen richten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung im Sinne von Artikel 9 des Grundgesetzes und § 3 des Vereinsgesetzes. So schreiben sie es und passenderweise waren natürlich auch direkt Journalisten vor Ort. Wir haben die Fotos von Jürgen Elsässer im Bademantel. Rein zufällig waren auch schon sämtliche Beiträge, übrigens alle fast im selben Wortlaut-Tonus. Alle verweisen auf seine Äußerungen über irgendwelche Umsturzfantasien und so weiter. All diese Artikel waren bereits heute Morgen fertig verfasst und geschrieben. Kurz nach der Pressebeteiligung, kurz nach Bekanntwerden der Razzia, wo, wie gesagt, Journalisten mit vor Ort gewesen sind, sind die ausführlichen Artikel teilweise mit deutlich über 1000 Wörtern bereits erschienen. Wie fallen aktuell die Reaktionen darauf aus? Es gibt die einen, vor allem von linker Seite, sowohl aus Politik und Medien, die sich darüber freuen, die es für einen wichtigen, einen richtigen Schritt halten und auch einfach der Argumentationskette, die die Innenministerin hier geliefert hat, der einfach folgen und das völlig unkritisch einfach wiedergeben. Im Prinzip ist das so, als würden sämtliche Medien, die heute Morgen schön staatsregierungstreu berichtet haben, die Öffentlich-Rechtlichen, aber auch Welt zum Beispiel oder Tagesspiegel, der Spiegel selbst auch, da komme ich gleich nochmal zu, all sie hatten ihre Artikel fertig geschrieben, haben einfach nur darüber berichtet, haben das wiedergegeben, was die Frau Ministerin in ihrem Videostatement selbst geäußert hat. Ich habe heute das rechtsextremistische Kompaktmagazin verboten. Da muss ich direkt reingrätschen. Ich finde vor allem Ihre Formulierung, ich habe das Magazin verboten, besonders interessant. Jeder, der auch nur im Ansatz ein gewisses Verständnis von Meinungs- und vor allem Pressefreiheit im Land hat, müsste jetzt aufschrecken, aufhorchen, gerade die Mitarbeiter des Spiegel. Sie waren 1962 von der damals sogenannten Spiegel-Affäre betroffen. Im Jahr 2022 haben sie zum 60-jährigen Jubiläum im Prinzip dieser Affäre einen sehr ausführlichen Artikel dazu verfasst, den werde ich euch natürlich hier unten verlinken. Da schreiben sie noch, ein Abgrund von Machtmissbrauch. 1962 besetzte die Polizei den Spiegel. Die Staatsmacht nahm Journalisten fest, denen auch Bundeskanzler Adenauer Landesverrat vorwarf. Lesen Sie alle Hintergründe zur bis dahin wohl größten Staatsaffäre der Bundesrepublik. Der Spiegel-Gründer Rudolf Augstein war insgesamt 102 Tage in Untersuchungshaft damals. Ich bin gespannt, wie es um Jürgen Elsässer bestellt ist und wie sich das Ganze mit ihm weiterentwickeln wird. Heute Morgen, auch gegen 6.30 Uhr, so wie alle anderen auch pünktlich ihre Artikel veröffentlicht haben, schrieb der Spiegel, Razzia gegen rechtsextremes Medium. Innenministerin Faeser verbietet Kompakt-Magazin. Der Publizist Jürgen Elsässer kämpft für den Sturz des Regimes und schwärmt für Putin. Nun geht das Bundesinnenministerium nach Spiegel-Informationen gegen sein rechtsextremes Magazin und dessen Online-Kanäle vor. Und mit dagegen vorgehen ist gemeint, dass alles eingestampft wurde, Konten eingefroren worden sind, alles im Prinzip verboten wurde, was im Entferntesten mit dem Magazin selbst oder eben der Videoproduktionsfirma zu tun hat. Lauschen wir noch weiter den Worten der besten Innenministerin aller Zeiten, der nicht so wichtig ist wie unsere Demokratie. Kompakt ist das zentrale Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Es verfolgt eine klare Agenda, Rechtsextremisten zu vernetzen und antisemitische Verschwörungsideologien zu verbreiten. Das selbst erklärte Ziel ist die Zerstörung unserer freiheitlichen Gesellschaft. Dieses Magazin hetzt und agitiert auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie. Deswegen ist unser Verbot ein weiterer harter Schlag gegen den Rechtsextremismus. Unser Rechtsstaat schützt all diejenigen, die wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe oder auch wegen ihrer demokratischen Haltung angefeindet werden. Wir lassen nicht zu, dass ethnisch definiert wird, wer zu Deutschland gehört und wer nicht. Ich danke den Sicherheitsbehörden im Bund und den beteiligten Ländern für diese konsequente Maßnahme im Kampf gegen Rechtsextremismus. Und im Kampf gegen unsere Demokratie, im Kampf gegen Journalisten, im Kampf gegen Meinungs- und Pressefreiheit. Im Kampf gegen die freie Meinungsäußerung, die normalerweise eines der höchsten, wenn nicht sogar das zentral höchste Gut ist, was wir vor allem im Bereich Medienarbeit in Deutschland haben. Die Pflicht eines jeden sollte es sein, sich dagegen zu stellen, sich dagegen aufzulehnen. 1962 sind damals tausend auf die Straße gegangen, um dagegen zu demonstrieren, gegen die Maßnahmen, die man gegen den Spiegel getroffen hat. Von den etablierten Medien bisher kein kritisches Wort zum Verbot vom Compact-Magazin, zu den Maßnahmen gegen Jürgen Elsässer und unzählige andere, gegen große Unterstützer, gegen Großspender des Magazins. Genauso wie zur Corona-Zeit fungieren sie einfach nur als Sprachrohr der Regierung, nichts weiter. Ich weiß nicht, ob man sich die Pressesprecher hier in der Form eingekauft, durch Belohnung, durch exklusive Informationen. Es ist schon besonders fragwürdig, dass Punkt 6.30 Uhr sehr ausführlich geschriebene Artikel, so wie dieser hier von Welt, bereits fertig abgedruckt sind. Um sieben sitzt man mit einem Investigativjournalisten zusammen, der das Ganze auch nochmal einordnet, auch erklärt, was denn eigentlich das Problem mit Jürgen Elsässer selbst ist, spricht von seinen Umsturz-Fantasien. Da geht es um einen Vortrag oder einen Auftritt von ihm in Gera. Elsässer hat immer wieder auch rassistische und antisemitische Stereotype bedient, hat eben auch zum Sturz des Regimes offen aufgerufen, hat zum Beispiel gesagt, dass er sich Björn Höcke, den AfD-Chef in Thüringen, als Reichskanzler wünschen würde, hat irgendwie schwadroniert von deutsch-russischen Bataillonen, die zusammen gegen Polen kämpfen sollten. Also es wurde dann wirklich auch kämpferisch am Ende. All diese Dinge sind bereits parat und man muss natürlich davon ausgehen, dass hier von Seiten des Innenministeriums Informationen gezielt weitergegeben worden sind, was im Übrigen eine Straftat ist. Zur eigentlichen Begründung des Verbots hat sich der Rechtsanwalt Dirk Schmitz auf der Internetseite von Alexandra Wallasch einmal dazu geäußert. Er schreibt, zwar können nach § 3 Vereinsgesetz nicht nur eingetragene Vereine im Sinne des § 21 BGB verboten werden. Erfasst sind auch Unternehmensvereinigungen, gesellschaftsrechtliche Zusammenschlüsse aller Art. Es müssen aber vereinsähnliche Strukturen sein. Es muss sich um eine Mitgliederstruktur handeln. Herausgeber ist aber hier schon kein Verein, sondern ein Verlag, beherrscht von Elsässer. Fast jede Zeitung in Deutschland besitzt eine solche Struktur. So kann also jetzt nach Fesermeinung vom Bundesinnenministerium grundsätzlich jede unliebsame Zeitung verboten werden. Jede Redaktion hat Mitglieder, ohne vereint zu sein. Es handelt sich um einen Staatsputsch gegen die Pressefreiheit. Und das ist erst der Beginn der Abschaffung falscher Ansichten, wenn es nach der SPD geht. Jetzt muss es ja Belege geben dafür, dass man eben nach dem Vereinsgesetz und Artikel 9 des Grundgesetzes entschieden hat, dass das Magazin verboten werden soll. Und die sogenannten Belege dafür, Nancy Faeser liefert uns keine, möchte hier die Tagesschau anführen. Auch sie haben einen Artikel dazu veröffentlicht, 6.38 Uhr, Faeser verbietet Kompaktmagazin. Das Bundesinnenministerium hat das rechtsextremistische Kompaktmagazin des Polizisten Elsässer wegen menschenverachtender Hetze verboten. Damit verschwindet das reichweitenstärkste Organ der neuen Rechten. Das ist natürlich die Frage, was möchte man hier? Möchte man die Gesellschaft vor dem Magazin schützen? Möchte man tatsächlich auf der Grundlage von irgendwelchen Gesetzen dagegen vorgehen, weil sich hier Leute strafbar gemacht haben? Oder geht es darum, grundsätzlich diese neue Rechte, das Vorfeld, natürlich alles im Zusammenhang mit der AfD, den Leuten zu schaden? Und dann ist eben das Verbot von Kompakt hier der erste Schritt nur gewesen. Denn wenn diese Vereinsbegründung, der Paragraf 3 aus dem Vereinsgesetz, wenn das ausreicht, dann kann man nur würfeln und sich fragen, wer die Nächsten sind. Ist es vielleicht, trifft es News, trifft es Tichys Einblick oder trifft es möglicherweise die Krauzone? Wir wissen es nicht. Chefredakteur und prägen die Figuren der Spitze von Kompakt ist Jürgen Elsässer. In den einzelnen Formaten wurden sowohl aktuelle Themen aufgegriffen, als auch eigene Themen gesetzt. Durchweg wurden Hass und Hetze verbreitet, insbesondere gegen muslimische Migrantinnen und Migranten, aber auch gegen die Bundesregierung, die Altparteien und nach journalistischen Kriterien arbeitende Medien, die als Systempresse oder Lügenpresse diffamiert wurden. Besonders interessant an dieser Stelle Hass und Hetze, so wie es auch schon die Berliner Polizei und auch andere Behörden geschrieben und geäußert haben, das ist keine Straftat. Wenn ich Hass und Hetze verbreiten möchte, was auch immer das übrigens sein soll, dafür gibt es keine einheitliche Definition, es gibt überhaupt gar keine Definition dafür und im Strafrecht findet sich das auch nicht wieder. Wenn ich Hass und Hetze verbreiten würde, dann kann man das kritisieren, dann kann man das ansprechen, dann kann man sich inhaltlich mit den Leuten, mit den Formaten, mit den Beiträgen oder mit den Magazinen auseinandersetzen. Es ist aber keine Grundlage für irgendeine Handlung. Und ob letztendlich kompakt sich irgendetwas hat zu Schulden kommen lassen, das werden Gerichte entscheiden müssen. Denn sie werden selbstverständlich gegen das Verbot vorgehen und nach den Beiträgen, die ich auch von verschiedenen Juristen jetzt mittlerweile gelesen habe, wird auch das Verbot ziemlich sicher gekippt werden. Ob sich dann Nancy Faeser nachträglich überhaupt einen Gefallen damit getan hat oder ob sich diese Aktion ins komplette Gegenteil wandeln wird, weil man eben hier staatliche Willkür hat walten lassen und im Endeffekt auf gar keiner Grundlage agiert hat, das wäre eine Vermutung, wie sich das Ganze im Nachhinein herausstellen könnte. Entscheidend für das Verbot ist, dass kompakt nach Bewertung des Bundesinnenministeriums gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Menschenwürde verstößt und dabei aggressiv kämpferisch auftritt. Auch dafür gibt es, das ist so eine Wischiwaschi-Bezeichnung. Übrigens ist das genau der Teil, der bei der AfD bisher gefehlt hat. Dort hat man keine aggressiv-kämpferische Haltung finden können. Auch das ist eine große Hürde im Parteienverbotsverfahren. Eine große Hürde, die zu Recht da ist, eben auch bei solchen Vereinen, Vereinsverboten. Und wo sie das gefunden haben wollen, das wissen wir nicht. Die Tagesschau lässt uns aber jetzt, und das ist der kommende folgende wichtige Absatz, lässt sie uns wissen. Nach Belegen dafür muss man in der Tat nicht lange suchen. Kompakt sprach von sich selbst als Widerstand. Seit der Pandemie wurde das politische System als Corona- oder Impfdiktatur diffamiert. In einer Sendung zur Vogelgrippe hieß es kürzlich, neuer Impfterror sei im Anmarsch. Während der Corona-Pandemie seien die Menschen zwangsgeimpft worden. Das war übrigens der Fall. Ich selbst war bis letztes Jahr August noch bei der Bundeswehr. Und auch wir wurden gezwungen, uns impfen zu lassen. Auch im Gesundheitssystem sonst gab es eine Impfpflicht, einen Impfzwang. Die Alternative war eben, zu kündigen. Es gibt auch Arbeitgeber, die ungeimpftes Personal nicht rausgeworfen haben, weil doch tatsächlich die Personalnot, der Personalmangel höher wiegt, als ein staatlich verordneter Impfzwang. Die Frage, agiere ich jetzt auch schon bereits aggressiv kämpferisch, indem ich das ausspreche, muss ich auch damit rechnen, dass morgen früh hier eine Razzia stattfinden wird? Chefredaktor Elsässer erging sich in den vergangenen Jahren wiederholt in Umsturzforderungen. Wir wollen einfach das Regime stürzen. Im Unterschied zu anderen Medien sei dies das Ziel von Kompakt. Am 3. Oktober 2023 fabulierte er auf einer Veranstaltung in Gera am Osten einen eigenen Staat namens DDR wieder aufzurichten. Wir haben doch einen Reichskanzler in Gestalt von Björn Höcke. Um die Souveränität gegen Polen zu verteidigen, könne man gemischte deutsch-russische Bataillone an der Grenze stationieren. Übrigens exakt dieselben Worte und denselben Inhalt hat man auch bei Welt vom Investigativjournalisten sich anhören dürfen. Auch heute Morgen um kurz nach sieben, unmittelbar nach der Razzia. Ein Absatz noch zur AfD. Verhältnis zur AfD. Akteure der AfD bekamen regelmäßig eine Plattform bei Kompakt, allen voran der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke. Das Verhältnis ist eine klassische Win-Win-Situation. Die AfD erzählte mit Hilfe von Kompakt Reichweite und konnte ihre Inhalte unwidersprochen verbreiten. Kompakt konnte im Gegenzug insbesondere in seiner werktäglichen Sendung mit Hilfe von AfD-Mandats und Funktionsträgern den Eindruck vermitteln, politisch ganz nah dran zu sein. Von journalistischen Kriterien keine Spur. In der Januar-Ausgabe des Kompakt-Magazins im Jahr 2018 brachte Elsässer es auf die Formel. Alle zusammen in großer Einheit. Pegida, IB, also Identitäre Bewegung, AfD, 1%, Kompakt, 5 Finger. Alle kann man einzeln brechen. Alle zusammen sind eine Faust. Welche journalistischen Kriterien das genau sein sollen, das lässt uns die Tagesschau an dieser Stelle nicht wissen. Möglicherweise gehört die journalistische Sorgfaltspflicht dazu. Und da legt man gerade bei der Tagesschau, grundsätzlich bei den Öffentlich-Rechtlichen, also das hat oberste Priorität, da legt man so viel Wert drauf, wie zum Beispiel bei diesem Beitrag mit dem Fernseher, der Strom erzeugt. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Ich weiß nicht, die Veteranen unter euch, die genauso gerne sich mit dem Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk auseinandersetzen, die werden sich an diesen Beitrag erinnern, an dieses Meisterwerk journalistischer Arbeit. Das sind echte Journalisten. Und wer festigt, was Journalismus und Presse ist, das macht die Gesetzgebung. Im Prinzip ist jeder, der in irgendeiner Form seine Meinung im Internet teilt, Journalist. Das, was Journalismus und Presse ist, das legt nur das Grundgesetz, Artikel 5, fest. Und alles andere ist in diesem Zusammenhang und die Beurteilung darüber Willkür. Häufig auch staatliche Willkür. Ich selbst merke das immer wieder, wenn ich Anfragen stelle, jetzt zuletzt an diverse Justizministerien, und dann erhält man als Antwort, ja, meiner Meinung nach gehören sie nicht zur Presse. Die Meinung eines einzelnen Pressesprechers, egal ob vom Justizministerium oder irgendeiner anderen Behörde, ist aber irrelevant für die gesetzliche Grundlage. Denn die gibt es nicht, wenn die Auskunft verweigert wird. Jetzt müsste ich jedes Mal dagegen klagen oder Dienstaufsichtsbeschwerden schreiben, aber dazu werde ich in Zukunft nochmal einen eigenen Beitrag verfassen. Auf jeden Fall hat man es nicht leicht. Die Tatsache, dass hier die neue Rechte zerstört werden, dass man einen wichtigen Agitator, einen großen Player aus dem Spiel genommen haben will, zeigt ja, dass es eben nicht isoliert und über irgendwelche Vergehenverstöße des Kompakt Magazins selbst geht. In einem vor wenigen Stunden veröffentlichten Livestream-Video vor seinem Haus hat Jürgen Elsässer sich dazu geäußert und er spricht hier einen ganz wichtigen Punkt an. Das Magazin Compact wurde nie verurteilt. Es gibt auch mir und auch in anderen Quellen derzeit kein laufendes Strafverfahren gegen Elsässer oder gegen seine GmbH. Nichts dergleichen ist bekannt. Und dennoch ist man der festen Überzeugung, dass es für ein Verbotsverfahren, für ein Verbot dieser GmbH, sowohl Videoproduktion als auch des Magazins, dass es ausreichen würde. Und Sie müssen auch bedenken, Compact gibt es seit 14 Jahren. Wir sind eine legale Zeitung. Wir sind noch nie, noch nie wegen irgendetwas verurteilt worden. Volksverhetzung, Rassismus, Antisemitismus, Aufrufe zur Gewalt. Ich glaube, dass es nicht Bestand haben wird. Und ich glaube, dass dann die Signalwirkung gerade für die Bundesregierung, für Nancy Faeser, in ihrer augenscheinlichen Willkür als Innenministerin, dass das größeren Schaden anrichten wird, als es ein Compact-Magazin, wenn man es nicht verboten hätte, jemals in der BRD hätte tun können. Teilt mir sehr gerne eure Meinung zu dem Verbot mit, auch zu der Begründung, zu den fadenscheinigen Begründungen, die man hier versucht hat zu liefern, ohne irgendwelche stichhaltigen Inhalte dazu. Auch gerne über die sogenannten Systemmedien, die Systempresse und die Kritik, die ja zum Beispiel eine Tagesschau aufgreift. Die gesamte Berichterstattung rund um das Verbot selbst gibt vielen der Aussagen von Elsässer und dem Magazin recht. Wenn die Systempresse informiert wird, und sie vor Ort bereits bereitwillig warten, um eben den Schnappschuss im Bademantel an der Eingangstür zu bekommen und die Artikel bereits vorgeschrieben, vorproduziert sind, mit keinem kritischen Wort darauf eingegangen wird, dass das wahrscheinlich seit der Spiegel-Affäre 1962 der größte Angriff auf die Pressefreiheit, auf die Meinungsfreiheit in Deutschland ist, dann haben sie in ihrer Arbeit versagt. Und zwar auf ganzer Linie. Wenn ihr mich in meiner Arbeit unterstützen wollt und es mir ein bisschen leichter machen wollt, anders als die Pressesprecher der Justizministerien in Deutschland, dann könnt ihr mich in meiner Arbeit gerne unterstützen. Möglichkeiten gibt es dazu in der Videobeschreibung. Wenn ihr hier in Zukunft nichts verpassen wollt, solltet ihr den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Beitrag wieder. Bis dahin. Macht's gut.